Schon beim Betreten des Hotels werden die Gäste von Schülern empfangen. Diese halten sich ganz genau an die Richtlinien, damit der hohe Standard und die ausgezeichnete Qualität des Grob-Park-Hotels auch bewahrt bleibt. Doch so ein Hotel zu führen, bedarf es gründlicher Vorbereitung. Auch wenn Sie den Unterricht im Hotel absolvieren, nehmen wir schon auf Ihre Wünsche Rücksicht. Sie lernen selbstverständlich alle Abteilungen kennen, aber gerade wenn Sie im dritten oder vierten Jahrgang sind, dann kristallisieren sich schon verschiedenste Interessen und Vorlieben heraus und darauf nehmen wir selbstverständlich Rücksicht. In dieser Vorbereitung zeigt sich, dass eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem Hotel und der Schule notwendig ist. Man muss sich da verstehen, nicht nur auf einer fachlichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene. Und das geht eben nur, wenn man positiven Kontakt hat und positiv zusammenarbeitet, dann geht so etwas. Und die beiden Direktorinnen, die Frau Wachter und die Frau Wiesinger, sind ein sehr gutes Team diesbezüglich. Nach der Begrüßung der Gäste übergibt Hoteldirektorin Claudia Wachter symbolisch den Schlüssel an die beiden Direktoren. Deren Aufgabe ist es nun, für einen reibungslosen Hotelbetrieb zu sorgen. In allen Bereichen wird großer Wert auf Genauigkeit gelegt, sei es nun beim Herrichten der Gästebetten, bei der Sauberkeit oder auch im Wellnessbereich. Dieser junge Mann hier überprüft gerade die Wasserqualität des Hallenbades. Und eigens für das Projekt Schüler übernehmen das Hotel wurde ein spezieller Kräuteraufguss für die Sauna kreiert. Und Saunameister Walter genießt den Aufguss mit den herrlichen Düften. Vom Schüler zum Abteilungsleiter oder Hoteldirektor ist nicht nur fachlich eine Herausforderung. Die Jugendlichen wachsen über sich selbst hinaus. Es ist ein langer Weg, es ist ein anstrengender Weg, aber wie man sieht, es ist ein Weg, der sich lohnt. Denn die Schülerinnen und Schüler werden in die Selbstständigkeit entlassen. Sie führen selbst die Abteilungen, sie bereiten im Vorfeld über einen monatelangen Prozess die einzelnen Aufgaben vor. Und sie sind so gut vorbereitet, dass man einfach meint, sie sind schon lange Zeit Profis und überzeugen rundum. Ein wichtiger Bereich ist die Küche und das Restaurant. Da dieses Projekt bereits das vierte Mal durchgeführt wird, konnte auch Küchenchef Franz Huyck schon Erfahrungen sammeln. Es ist der absolut Top-Einsatz von den jungen Leuten in der Praxis, am Praxisnähten überhaupt so ein Projekt durchzuziehen, weil sie wirklich sehen, was diese Tage da passiert. Wir lassen sie so frei und selbstständig als möglich arbeiten. Und ich habe eine sehr, sehr ambitionierte junge Truppe, die im heurigen Jahr das über die Bühne bringt. Und sie sind mit einem mega Eifer und Einsatz dabei. Da die Arbeitsabläufe in der Küche sehr komplex sind, werden die Aufgaben aufgeteilt. Ich schaue generell darauf, dass die Waren immer frisch sind. Ich verraume nachher die Waren mit meiner Küchenchefin zusammen und schaue, dass alles da ist. Und dann muss ich halt noch die Angebote checken, was wir für die nächsten Tage noch brauchen. Dann muss ich das noch bestellen. Ja, also wir machen die Personalplanung und schreiben eben im Mitarbeiterplan und teilen das ein und schauen, dass halt jeder seine Arbeit richtig macht. Die werden auf die Posten zugeteilt und checken halt dann auch die Arbeit, ob das alles okay ist, was sie machen und schauen auch beim Anrichten, ob das alles in Ordnung ist. Abends gibt es Vorspeisen vom Buffet, die anderen Gänge werden serviert. Der Saal ist voll besetzt, was natürlich eine Herausforderung für Küche und Service darstellt. Und nach dem Abendessen geht man noch gerne in die Bar, wo die Schüler einen eigens gemixten Cocktail servieren. Und am Ende des Tages trifft man zwei zufriedene Direktoren. Ja, also jetzt bin ich ganz ehrlich schon etwas erleichtert, weil jetzt ist das Gräberste schon einmal um mich. Und am Anfang vor den Reden war ich sehr nervös, weil halt schon viele Leute da waren und relativ viel von der Wirtschaftskammer auch. Ich war eigentlich vorher gar nicht so nervös, aber dann, wie es jetzt wirklich die ganzen Leute gekommen sind jetzt am Abend, und da ist doch der Druck ein bisschen gestiegen, aber eben, wir haben gute Unterstützung gehabt von der Frau Löschenbrand, von der Frau Direktorin und von der Frau Wachter. Und ja, die haben uns da eigentlich gut gecoacht und jetzt ist der Abend schon gut umgebracht eigentlich. Die Tourismus-Schulen Salzburg sind ein Garant dafür, dass auch künftig hochwertige Gastronomie von qualifiziertem Fachpersonal geführt wird. Besonders dann, wenn es so eine erfolgreiche Zusammenarbeit wie mit dem Grand Park Hotel gibt.